Hallo und willkommen zu diesem neuen Video. Schauen wir mal worum es in diesem Video geht. Heute habe ich für euch dabei den Bitcoin Kurs, so wie immer. Wir widmen uns konkret dem Bull Market Support Band. Was ist das? Wie hilft es uns als Preisindikator? Und vor allem wie sieht daraus resultierend das Bullen und das Bären Szenario bezüglich Bitcoin aus? Außerdem möchte ich mal detaillierter darauf eingehen, warum meiner Meinung nach Bitcoin eigentlich so arg volatil ist. Dazu werfen wir einen kurzen Blick auf die Effizienzmarkttheorie, darauf wie ich den Fear and Greed Index bzw. Angst und Gier im Kryptomarkt sehe und kommen dann zu meiner persönlichen individuellen Lösung. Und dann lasst uns direkt einsteigen mit dem Bitcoin Wochenchart und dem Bull Market Support Band. Ihr seht jetzt hier sind zwei Linien eingezeichnet, eine grüne, eine rote und so ein leicht eingefärbter Bereich dazwischen. Die grüne Linie stellt dabei den 21er Wochen EMA dar, also der exponentiell gleitende Durchschnitt der letzten 21 Wochen. Die rote Linie stellt den 20 Weekly SMA dar, also der einfache gleitende Durchschnitt der letzten 20 Wochen. Wo liegt jetzt beim exponentiell gleitenden und beim einfach gleitenden Durchschnitt der Unterschied? Der exponentiell gleitende Durchschnitt hat einen Klettungsfaktor, das heißt die Kurse aus jüngster Vergangenheit werden stärker gewichtet als aus weiter zurückliegender Vergangenheit. Beim einfach gleitenden Durchschnitt werden einfach die Schlusskurse eines jeden Tages zusammengezählt und durch die Anzahl der Tage geteilt. Dadurch ist der exponentiell gleitende Durchschnitt immer etwas schneller. Er geht schneller nach oben, wenn der Kurs steigt, aber auch schneller nach unten, wenn der Kurs fällt. Man kann diese Durchschnitte auf die verschiedensten Zeitperioden berechnen, doch in der Vergangenheit haben sich insbesondere diese beiden auf Wochenbasis als sehr verlässlicher Indikator erwiesen und das schauen wir uns jetzt mal an. Hierzu habe ich den Wochenchart aus dem Bullrun 2017 bis zu Beginn 2020 mitgebracht. Hier sehen wir, dass der grüne gleitende Durchschnitt über dem roten liegt, also der exponentielle, der schnellere liegt über dem langsameren. Das liegt einfach daran, dass sich in jüngster Vergangenheit der Kurs stärker nach oben entwickelt hat. Jetzt sehen wir wie hier zum Beispiel auch ab und zu, dass so eine Wick nach unten oder manchmal auch ganze Kerzen nach unten gehen und diesen Bereich nochmal antesten. Wenn dieser Bereich dann als Unterstützung hält, ist das ein Stärkezeichen. Und so war es auch hier im weiteren Verlauf, ist der Kurs gestiegen. Und gerade oben in Richtung des Tops hat sich dann auch die grüne Linie etwas weiter von der roten Linie entfernt. Ist die Korrektur jetzt sehr stark, schwächelt die grüne Linie natürlich auch früher, da sie immer schneller ist und somit der roten Linie voraus. Dann sehen wir irgendwann wie hier, dass die grüne Linie die rote Linie von oben kreuzt. Das ist dann ein klares Schwächezeichen und führt oft im Markt dazu, dass der Kurs in der näheren Zukunft dann stark fällt. Ein weiteres Mal haben wir das hier Ende 2018 bei der Bodenbildung gesehen. Auch hier hat die grüne Linie die rote von oben geschnitten und kurz darauf fand ein sehr starker Abverkauf statt. Umgekehrt, wenn die grüne Linie die rote Linie von unten schneidet, ist das ein Stärkezeichen, da der Kurs in jüngerer Vergangenheit stärker gezeigt hat. Das sehen wir zum Beispiel hier vor dem starken Anstieg in 2019. Und Ende 2019 hat der Kurs dann wieder Schwäche gezeigt. Also so viel zur weiter zurückliegenden Historie schauen wir uns mal die Jahre 2020 bis 2022 an. Auch hier hatten wir vor dem Bullrun einen Schnitt, zugegebenermaßen einen kaum zu erkennenden Schnitt. Und auch hier gab es bereits zwei, drei Wochen vor dem Abverkauf ein sogenanntes Death Cross, also ein Todeskreuz, in dem die grüne Linie die rote von oben nach unten schneidet, ein Schwächezeichen, ein Schwächesignal aussendet. Zwei, drei Wochen später gab es dann den Abverkauf. Also man hat hier durchaus Indikatoren dafür gehabt, vorsichtig zu sein. Den darauf folgenden Bereich des letzten Jahres wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Hier etwas detaillierter herangesoomt sehen wir gut, dass es auch hier im Sommer 2021 ein Bullenkreuz gab, in dem die grüne Linie die rote von unten geschnitten hat. Anschließend gab es einen sogenannten Retest. Das heißt, wir haben mit dem Kurs nochmal das Bull Market Support Band als Unterstützung bestätigt, bevor wir dann die stark steigenden Preise gesehen haben. Auch dieses Mal gab es wieder ein Schwächezeichen, das auf fallende Kurse hingedeutet hat. Und auch hier gab es einen Retest, allerdings dieses Mal von unten nach oben. Wir haben also quasi die Schwäche bestätigt und sind anschließend abgefallen. Und weil wir versuchen aus der Vergangenheit zu lernen und uns diese Muster zunutze zu machen, schauen wir uns jetzt mal genauer den Bereich der letzten Wochen an. Hier sehen wir, wir sind über das Bull Market Support Band gestiegen und versuchen jetzt gerade mit einem Retest die Unterstützung des Bandes zu bestätigen. Wenn ich sage die Unterstützung des Bandes, dann meint das natürlich nicht irgendeiner imaginären Linie, sondern einer Klettung des Verhaltens der Marktteilnehmenden und damit eben auch der Psychologie der Käufer und Verkäufer. Und auch hier sehen wir, es gab ein Bullisches Cross. Es ist noch nicht sehr stark ausgeprägt, allerdings hat die grüne Linie die rote von unten geschnitten. Und aktuell, in der Vergrößerung sieht man es, zeigt der Kurs auch hier etwas Schwäche. Wir waren insgesamt bereits unter dem Band und bewegen uns jetzt mit dem Kurs zum Zeitpunkt der Aufnahme gerade im Band. Die 21er Weekly EMA liegt aktuell bei 44.150 US-Dollar und die 20er Weekly SMA liegt bei ca. 43.800 US-Dollar. Die Kurse schwanken immer leichter, als ja wie gesagt Durchschnittskurse sind, die auch die aktuelle Woche mit einbeziehen. Diese kritischen Level gilt es eigentlich jetzt zu halten. Das heißt, wir befinden uns jetzt gerade in einer sehr entscheidenden Phase, die Ausschluss darüber geben kann, wie die weitere Kursentwicklung in den nächsten Wochen aussieht. Wenn wir hierzu nochmal etwas auf dem Chart rauszoomen und uns dabei auch die kritischen Unterstützungen und Widerstände betrachten, halte ich es für sehr realistisch bzw. sogar wahrscheinlich, dass wenn wir das Bull Market Support Band jetzt als Unterstützung bestätigen, wir es schaffen über die nächsten kritischen Level in Richtung der 52.000 bis 58.000 zu steigen. Im anderen Fall sollten wir darunter schließen, zeigt das die Schwäche der Käufer. Das heißt, wir könnten nochmal eine Korrektur auf die 40.000 oder, was ich persönlich dann für wahrscheinlicher halte, sogar in Richtung der 30.000 sehen. Diese Entscheidung fällt diese Woche in der Nacht von Sonntag auf Montag. Da bin ich persönlich sehr gespannt, wie der Kurs schließt, denn das kann für mich ein starker Indikator dafür sein, dass ich mich nochmal auf Nachkäufe im Bereich der unteren 30.000 vorbereite. Ja und was heißt eigentlich auf Nachkäufe im unteren Bereich der 30.000 vorbereiten? Wir stehen jetzt noch bei 45.000, jetzt redet der schon wieder von Nachkäufen im Bereich von 30% darunter bei 30.000. Warum ist eigentlich Bitcoin so arg volatil? Warum sehen wir so starke Steigungen und so einen starken Abfall dann kurz darauf? Viele sagen, das liegt daran, dass Bitcoin ein Risk-On-Asset ist, also ein Risiko-Asset. Andere sagen, das liegt an der verhältnismäßig geringen Marktkapitalisierung. Ich persönlich habe da so meine eigene Meinung. Und dazu möchte ich zunächst mal auf die Effizienzmarkttheorie eingehen. Zwei, drei Worte dazu. Was ist eigentlich die Theorie effizienter Märkte? Diese besagt, dass alle gegenwärtig zur Verfügung stehenden Informationen in dem jetzt gerade vorherrschenden Kurs eingepreist sind. Das heißt, die Entwicklung des Kurses ist immer zufällig. Das bedeutet, die Nachrichten, die in der Zukunft kommen, beispielsweise zu Bitcoin, können wir jetzt noch nicht vorhersehen. Diese werden Einfluss auf den Kurs nehmen und diese werden zufällig sein. Dieser Theorie folgt zum Beispiel auch das Investieren in Indexfonds, weil wir sagen, wir können auf lange Frist den Markt nicht schlagen, da der Markt zufällig ist. Das heißt, wir investieren sehr breit diversifiziert in Indexfonds und sichern uns so die Rendite, die der Markt eben macht. Die Entwickler dieser Theorie, die diese mit Forschungen belegt haben, wurden sogar mit dem Nobelpreis ausgezeichnet für ihre Forschung auf diesem Bereich. Es gibt allerdings auch Forscher und Ökonomen, die der Theorie einige Kritikpunkte entgegenstellen. Und der für mich persönlich naheliegendste Kritikpunkt ist, dass die Theorie von rational handelnden Marktteilnehmenden ausgeht. Das heißt, wenn jeder immer das tun würde, was logisch wäre, dann würde die Theorie sehr wahrscheinlich zutreffen. Allerdings herrschen an den Börsen vor allem zwei Emotionen vor, nämlich Angst und Gier. Und die Psychologie der Masse der Marktteilnehmenden ist nicht rational. Und damit kommen wir zum nächsten Punkt, zur Angst und Gier. Wir haben bereits häufiger über den Fear and Greed Index gesprochen und darüber, dass die Menschen bei steigenden Kursen häufig gierig werden und bei fallenden Kursen häufig ängstlich werden. Und das sehen wir hier zum Beispiel in der Historie des Fear and Greed Index, der im Prinzip fast die gekletterte Bitcoin-Kursentwicklung widerspiegelt. Der Bitcoin steigt, die Menschen werden gierig. Der Bitcoin fällt, die Menschen werden ängstlich. Also bei mir ist das nicht so. Warum ist das so? Und wie kann man dem entgegenwirken? Meine Lösung hierfür, ganz simpel, schaut diesen Kanal. Warum ist das die Lösung, diesen Kanal zu schauen? Und nicht nur diesen Kanal, holt euch bitte auch viele Informationen aus anderen Informationsquellen. Die Lösung ist im Prinzip Bildung. Die Lösung ist im Prinzip zu verstehen, in was ich da investiere. Denn nur wenn ich davon überzeugt bin, weil ich es verstanden habe, bin ich nicht ängstlich, wenn die Kurse fallen und werde auch nicht gierig, wenn die Kurse steigen, sondern ich mache einfach mein Ding. Ich kaufe Bitcoin und warte. Und dazu habe ich zufälligerweise auch ein wunderschönes Meme des Tages gefunden. Nämlich Buy-and-Hold-Investoren oder Anleger. Also egal welche Krise kommt, egal was in der Welt passiert, egal wie sehr die FED die Zinsen erhöht, egal ob Krieg herrscht, egal ob wir eine Rezession haben, der Zeithorizont für Buy-and-Hold-Anleger ist meistens weiter als 6 Monate, 1 Jahr oder 2 Jahre. Mein persönlicher Investmenthorizont sind 15 bis 20 Jahre. Wenn ich jetzt ein bisschen älter wäre, wären es vielleicht 10 bis 15 Jahre. Aber ich kann super entspannt mit meinem Kaffee in der Hand durch eine eskalierende Welt gehen und mir denken, in 15 Jahren hat sich das alles gelegt und ich habe meine Rendite gemacht. Das war es auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und euch einen Mehrwert gebracht. Als super Fundstück habe ich passend zum Thema Marktpsychologie bzw. Psychologie der Massen dieses Mal das Buch von Gustave Le Bon, das im Jahre, glaube ich, 1895 irgendwann auf jeden Fall im 19. Jahrhundert bereits erschienen ist und heute immer noch brandaktuell ist. Eine absolute Empfehlung für jeden, der sich für das Thema interessiert. Wie immer noch einmal der Aufruf, macht das Zahlenmenschen glücklich. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns ein Like und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, gerne abonnieren. Und damit bis bald und ciao, ciao!